Ja, da kamen gleich zwei Reiseflüge unter Flächer, das ist in Ordnung. Moment mal! Weißt du was? Wir können ja mit unseren Schubdüsen zum Tor fliegen. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt durchkommen. Die Obelisten sind noch neutral. Was ich sehr, sehr gut finde. Wir haben keine weiteren Nomaden hinten dran kleben. Das Tor ist auch jetzt neutral. Wahrscheinlich haben wir aus Versehen vorhin auf das Tor geschossen. Auch wenn es ja beim Einkommen auch schon peinlich war. Als wir sozusagen das System betreten haben. Statt ja hier unten im Hut. So, jetzt haben wir sechs Nomaden hinten ran. Jetzt wird es spaßig. Ich hoffe, wir kommen gut raus. Geht doch alle weg. Ich will das diesmal jetzt hier nicht in die Länge ziehen. Das war ein Kampf mit absoluten Sinnlosigkeit. Und es tut mir auch leid, dass ich das in dieser Folge jetzt so auflösen muss. Ich weiß, wir haben jetzt wacker und lange gekämpft. Das war auch... Jetzt ist es rot. Jetzt ist das Tor rot. Na, da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir trotzdem docken dürfen. Na? Wir dürfen. Zum Glück. Oh, da bin ich froh. Oh, da bin ich froh. Wir haben es geschafft. Jetzt kann ich ja wieder zu meinem eigentlichen Satz zurückkommen. Den ich vorhin mal geprägt habe. Wir wissen nicht, was hier noch auf uns wartet. Na? Aber es scheint ruhig zu sein. Oh, zum Glück. Ich habe dieses Gerät ja jetzt einstecken. Eins von den beiden. Na? Aber wir haben ja zwei Lizenz... Ähm... Slots. Man schafft bestimmt nur einen. Deswegen hoffe ich ja einfach inständig, dass diese Lizenz-Slots... Also, dass wir sozusagen nur eins von diesen Geräten brauchen. Ich weiß nicht, ob wir es dann anbringen müssen. Oder ob wir das einfach nur abgeben müssen. Kann sein, dass wir... Jetzt wurde das hier sozusagen... nicht angebracht ist am Schiff. Wir dann noch ein Problemchen kriegen könnten. Das wäre doof, aber dann würde ich... Das sowieso so... Ist das Torrot? Nee, ist es nicht. Dann würde ich das sowieso schneiden. Und nochmal diesen Flug machen. Das wäre dann nicht das Problem. Wenn wir einmal dabei sind, sozusagen. Da. Äh, würdest du bitte andocken? Bitte? Oder musst du jetzt noch dreimal drum rumfliegen? Dock, access granted. Okay, wir dürfen. Weiter geht's. Hier war es jetzt ruhig in dem System. Zumindest so ruhig, dass wir... ...das erstmal hingekriegt haben. Nächstes System. Hier sind ja auch die Handelsrouten, die uns ja verdammt schnell hier durchbringen. Das ist das System. Jetzt muss man gucken. Das System ist verdammt groß. Und da geht's ja dann nach Asus. Was uns dann sozusagen zum Hypertor bringt. Das kann durchaus passieren, dass das Hypertor dann bewacht wird. Das geht mir hier so durch den Kopf. Das wäre doof. Aber... Nicht auszuschließen. Das werden wir aber sehen müssen. Kann noch sein, dass jetzt nichts weiter passiert. Ja, wir sind aber offensichtlich in den Bug gelaufen. Entweder ein Bug oder... Wie gesagt, ich habe aus Versehen... ...ja vorn auf das Tor geschossen. In meinem halben Frust, dass wir nicht durchkommen. Aber wir sind ja vorher schon nicht durchgekommen. Deswegen... Ich werte es jetzt einfach als Bug. Ich weiß es nicht. Wir haben uns neu reingeladen. Wir sind nochmal durchgeflogen. Ich habe es mir, wie gesagt, auf YouTube nochmal woanders angeschaut. Wir kommen durch. Also wir wären sowieso durch das Tor gekommen. Wenn alles fehlerfrei gelaufen wäre. Es ist in dem Moment nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir erreichen das Keltor-Sprungloch. Äh, Sprungtor. Nicht Sprungloch. Das Keltor-Sprungloch. Sag ich ja wieder Sprungloch. Achso, führt uns weiter. Wir müssen nicht nach Aspen. Was? Okay, wir müssen nicht nach Asres zurück. Wir müssen nach Keltor. Ähm, okay. Könnte jetzt infolgedessen heißen, dass wir das nächste Problem vor der Nase haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Hallo? Nomaden? Oh, eine Wolke. Jippie. Hier ist zwar eine Handelsroute. Hier geht es zum Asres-Tor. Das ist die andere Seite, auf der wir zurückkommen. Das ist aber nicht schlecht, finde ich. Das finde ich von den Wegpunkten her echt gut gemacht. Muss ich sagen. Bis wir zwar jetzt nochmal ein anderes System durchstreifen. Da kommen auch Schiffe an. Was mich sehr wundert, dass hier Schiffe ankommen. Hier war wieder so ein Sensor-Echo, okay. Ja, das ist eine riesengroße Wolke. Ja, wir fliegen hier runter und dann sozusagen zurück. Und es waren ja bis jetzt auch nicht andere Sprungtore hier in dem Sektor, ne? Deswegen, ja gut, haben wir es mitgenommen. Finde ich gut, dass wir das andere System mitgenommen haben. Vielleicht werden wir hier auch nicht mehr hinkommen dürfen. Zumindest nicht so schnell. Neider sind ja noch Planeten offen gewesen, die es noch zu erforschen gab. Allerdings, wie gesagt, ich weiß es echt nicht. Ich befürchte, dass wir irgendwo jetzt noch Ärger kriegen. Wie gesagt, das typische Nomadenschlachtschiff, von dem ich immer spreche, das Quotenschlachtschiff, sag ich mal, lauert ja noch irgendwo. Und wenn nicht, ich kriege es auch so. Oh, die Handelsroute ist hier gleich hier drüben. Genau, wir sind auf der anderen Seite. Kinak sind wir rüber geflogen auf dem Hinweg und Kelthor kommen wir gerade her. Nach Soror geht es da, genau. Das ist dieses Zyper-Tor. Nach Soror zurück in den Innerkorn. Wir kommen zurück in den Domkawash-Raum. Und dürfen da... Ist eine Wolke zur Linke? Wird aber nicht angezeigt, okay. Und dürfen da sozusagen die Waffe bringen. Zu dem Hyper-Tor. Ich weiß echt nicht, ob das in der einen Mission auch so ein Hyper-Tor war. Ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ist ja auch egal. Wir werden mit dem Hyper-Tor docken. Wir kehren zurück zum Innerkorn. Wir bringen denen das Gerät. Und da werden wir sehen, was sie sagen, die Domkawash. Anders können wir es nicht machen. Viel bleibt uns dahin, geht nicht übrig. Na? Auf... Geht es. Zurück. Zum Inneren Kern. Und wir werden sehen, was uns dort erwartet. Könnten noch mehr Gegner sein. Es könnte sein, dass der Krieg sozusagen schon angefangen hat. Im Inneren Kern. Und jetzt die Domkawash auch überrascht. Das weiß ich eben nicht. Ne, alles ruhig. Ah. Zurück im Raum der Kawash ist es Zeit, diese Lieferung abzuschließen. Und mehr Informationen über die aktuelle Situation rauszukriegen. Und wie man wieder nach Hause kommt. Wir sollen unseren Kurs zurück zur Kawash-Station setzen. Wo wir mit unserem neuen Freund, in Anführungszeichen, gesprochen haben. Ähm. Wir sind auf der falschen Seite rausgeflogen, ne? Ja, sind wir tatsächlich. Ist aber nicht schlimm. Die Domkawash sind uns jetzt tatsächlich freundlich gesinnt. Seht ihr, das ist grüner? Das ist freundlich. Ähm. Okay. Ich muss da mal ganz kurz ins Inventar gucken. Das Ding ist noch da. Wir haben aber Geld bekommen. Zwei Millionen. Wir haben immer noch einen vollen Frachtraum mit Zeug. Nie ob im Pharmazeutika. Das müsste man eigentlich loswerden. Aber ich weiß noch nicht, wo wir das hier loswerden sollten. So, hier geht's nach Crawlard. Hier geht's nach Travai. Wie sieht's denn jetzt aus? Die Ancients sind uns böse. Die Korsaren sind uns böse und die Ausgestoßenen sind uns auch böse. Natürlich. Was ich sehr, sehr traurig finde. Denn es war teuer, sich mit den Korsaren zu verbünden. Ich hab's, glaube ich, auch schon mal in der letzten Folge erwähnt. Ähm. Die Confident Strike Force sind uns jetzt nur einmal drauf getroffen. Warrior ist einer da. Äh. Die Domrazak sozusagen, genau. Gehört sie in den Domrazak. Dom Sestek. Dom Setek so rum. Sentinel. Die Dom Nepech. Die Savage. Was war das? Das war wahrscheinlich ein Schiff. Tja. Jetzt wollte ich aber mal gucken. Wer ist denn noch nicht gut? Symphot. Aguera. Zono. Äh. Die Dom Kavash. Ja. Die Dom Kavash sind uns gut gesinnt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist krass. Aber wahrscheinlich, weil wir ihnen so helfen, sind sie gleich uns positiv gesinnt. Die Aliens. Die eigentlich starken Aliens. Mit einem riesigen Imperium. Und einen Haufen Nomaden unter sich. Aber sie sind uns gut gesinnt. Aber die Nomaden können sie uns nicht vom Hals halten. Das dauert doch ein paar Bruten. Bis die Sachen, ne Menschen werden wir nicht hier mehr so stupide angreifen. Das ist ein bisschen krass. Ich meine, man kann es ja auch verstehen, weil das irgendwo im genetischen Kot dann sozusagen veranlagt ist. Wie uns das ja erklärt worden ist. Aber man könnte ja auch reden miteinander. Und wenn die Nomaden die Untergebenen der Dom Kavash sind, könnt ihr ja auch sagen, passt auf, lasst es mal mit den Menschen. Die helfen uns jetzt. Wir können ja mal zur Abwechslung mal mit den Menschen kämpfen. Nicht gegen die. Hört auf, die zu versklaven. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ähm. Okay. Kreuzer des Savages. Und allen voran. Au, weil die Waffen nicht gut sind. Und au. Äh, Leute. Hey. Hey. Wer engagiert die Savage-Ships? Wer engagiert hier? Ich versuche hier zu engagen, aber ich kriege keines Problem. Ich muss mich hier sozusagen hinter diesem Kreuzer halten. Meine Waffenenergie ist sowieso alle. Au, Treffer. Oh Gott. Okay, der Dreadnought sagt uns irgendwas. Ähm. Der Dreadnought hat uns mehrere Koordinaten. durch den Kawash-Raum gegeben. Es ist das Beste, diese Chance zu nutzen und diesen Kampf so schnell wie es geht zu verlassen. Oder solange noch die Zeit ist. Die, äh, Dreadnoughts werden sich um die Savages hier kümmern. Allerdings, wo ist jetzt nun dieser Wegpunkt? Wer ist da drüben? Ja, 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 Savage. Ich weiß. Das Problem ist, ich kann jetzt hier gerade aber auch nicht meine Reisetriebwerke anheizen. Jetzt kann ich es versuchen zumindest. Ich hoffe, dass die jetzt keine Reisepunkunterbrecher haben. Da geht es zu irgendeinem Objekt. Mitten im freies All. Was ist das denn für ein Asteroidenring da drüben? Was? You did not leave combat. Okay. Warum? Ich bin doch gerade rausgeflogen. Aus dem Kampf. Okay. Heißt im Grunde genommen, wir dürfen jetzt nicht zu lange warten. Wir kriegen die Befehle. Und dann sofort raus da. Aus der Nummer. Bisschen schießen dürfen wir, aber nicht zu viel. Das ist nicht schlimm. Das habe ich nur jetzt nicht kapiert, warum da der Autosave dann gleich kommt. Das ging mir jetzt ein bisschen schnell. Die ganze Sache. Naja, wir werden mal kurz abwarten. Da sind die Dreadnords. Äh, die Dreadnords laufen jetzt mit Dyskurs. Die müssen wir attackieren. They open fire, genau. Der Dreadnords dreht sich aber. Das ist für ein Kreuzer. Dreadnords declawed, genau. Sie attackieren. Ich gehe schon in einen Reiseflug. Ich weiß noch nicht, wo wir sind. Ich versuche jetzt mal den Wegpunkt mehr. Scheiße, das kann ich nicht. Ich bleibe mal an der Nähe. Ich weiß nur noch nicht, wo wir hin müssen. Jetzt kriegen wir die Anweisung. Okay. Da ist der Wegpunkt. Und jetzt raus. Ich bin schon auf dem Weg nach draußen. Keine Sorge. Wir fliegen weg. Zu den Koordinaten. So schnell es geht. Wir kommen raus aus der Reichweite. Vier Kilometer. Da ist ein Sprungloch. Guck mal. Das ist ein Sprungloch. Hier ist ein riesen Asteroidenring. Aber der Asteroidenring, wie gesagt, der ist ja schon, das hat man ja gerade schon gesehen, aber hier ist ein verdammtes, kleines, süßes Sprungloch. Okay. Und da ist ein... Ist das eine kaputte Station oder ein Schiff? Es scheint eine kaputte Station zu sein. Da ist tatsächlich ein Sprungloch. Die gibt es ja auch noch. Wie viele Ewigkeiten ist es denn her, dass wir zuletzt ein Sprungloch gesehen haben? Ein ganz normales. Ich bin begeistert. Ich weiß nur noch nicht, wo es hinführt. Nach Lored. Lored war, glaube ich, ein System, was wir schon gesehen haben, ne? Wir haben Koordinaten bekommen. Sag nicht, dass das ein Rheinland... Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall menschlich. Das Ding... Okay, wir werden das Sprungloch nutzen. Und dann mal weiterfliegen. Das ist ja irre. Also, wie ihr seht, bei den Domkawash gibt es auch Sprunglöcher. Offensichtlich. Jetzt ist nur die Frage, wo landen wir? Gott sei Dank sind das Domkawash, ey. Oh, bin ich gerade erschrocken. Da ist ein, äh, Handelsmutter. Ach, wir sind... Okay. Wir sind in einem System gelandet, das wir noch nicht kennen. Lored kennen wir noch nicht. Wir sind aber einmal quer von Prowlard nach hier drüben geflogen. Und bin die Kammer nicht mitgenommen. Okay. Vielleicht ist das jetzt der Weg nach Hause. Wäre ja schön. Hier ist ein Sprungtor. Das geht nach Lenas. Was auch immer Lenas für ein System dann ist und wo es auch immer liegen möge. Wird nicht angezeigt. Ist in Ordnung. Hoffentlich können wir es ja später erforschen. Hier kommen noch mehr Domkawash. Aber die haben uns gerade aus noch ziemlichen Situationen rausgeholfen. Weil gegen diese Kreuzer von den Savages hätten wir, denke ich, wenig Chancen gehabt. Wir hätten uns hinter einem verstecken können und dann einfach schießen können, bis der Arzt kommt. Aber es hätte ja eh nicht gedauert, bis wir so ein Ding zerlegt hätten. Habt ihr ja gesehen, dass das Ding einen Schaden gekriegt hat. Faktisch nichts. So, hier geht es nach... Wöö. Also Wire. Wire Warmer. Was ist da drüben? Da ist das Sprungtor dazu. Genau. Wir müssen aber wahrscheinlich weiterfliegen, oder? Ja, wir müssen weiterfliegen. Nach Planet Valum. Das ist unser nächstes Ziel. Vielleicht kommen wir da jetzt wirklich nach Hause. Nach Sirius. Wo wir, glaube ich, erstmal landen müssen. Um wieder diesen Irrsinn zu verarbeiten. Wo wir allen anderen sagen müssen, dass wir, oder andersrum, dass die Domkawasche unsere Hilfe brauchen. Ich trinke mal ganz kurz was. Der Planet ist riesig. Wir haben einen Spruch. Was? Tastlund. Wir sollen in den Planeten reinkrachen? Ähm, Moment mal. Vom Kawasch Population Detected. Wir können da nicht docken. Ähm, ich kann doch nicht in den Planeten reinkrachen. This appears to be a Domkawasch world. Ja. Landing Instructions are being uploaded to the ship systems. Okay, wir dürfen direkt landen. Oh Gott. Ich hab jetzt schon sonst was gedacht. Okay. Diese Stadt ist alt. Alt. Sehr alt sogar. Aber die Technologie, die, äh, hier benutzt wird, ist alles, was, also es übersteigt das, was Menschen überhaupt sich denken können. Oder übersteigt das menschliche Denkvermögen. Und, äh, und so ist das, und so ähnlich ist es mit dem, mit dem Gerät, das wir von, von der, von der Kawasch-Arche, also von, von dem Ding, wo die Nomaden uns heimgesucht haben, geholt haben. Ähm, mehr und mehr Schiffe haben die, die Hyper-Tore des Innerkors durch, äh, brochen. Und, äh, erobern die Domkawasch-Territorien, beziehungsweise überfallen sie. Ähm, die, die Defensive der Kawasch bricht, äh, sie werden schwächer und schwächer mit jeder Attacke. Die, die, einige, also die wenigen Savage-Kreuzer, haben es tatsächlich geschafft, durch diese Verteidigung durchzukommen und zeigen, wie ernst die Situation gerade ist. Ähm, der einzige Weg, die Richtung in diesem Krieg zu ändern, ist, äh, die Hyper-Tore im Innerkor sozusagen zu zerstören. Das ist keine einfache Aufgabe, weil eben diese Tore sehr stark mit Schilden ausgerüstet sind und ihre Energie direkt vom schwarzen Loch beziehen. Wer sich erinnert, beim schwarzen Loch die Dinger, ne? Ähm, selbst die Kawasch, selbst den Kawasch ist es nicht möglich, äh, die Dinger zu zerstören, beziehungsweise die, diese Schilde irgendwie zu überbrücken. Es gibt keinen Weg nach drinnen und es gibt auch keinen Weg, diese, äh, Hyper-Tore auszuschalten. Aber es gibt Hoffnung. Die Kawasch arbeiten an der Methode, dass, ähm, die, die Energiestrahlen zwischen dem schwarzen Loch, äh, zwischen dem schwarzen Loch und den Hyper-Toren zu überladen. Ähm, das Gerät von dieser Kawasch-Arche ist der Prototyp von einem Magnet... was? Von einem magnetischen Sprengkopf für eine Singularitätsbombe, die stark genug ist, dieses schwarze Loch zu destabilisieren. Ähm, die Kawasch erwarten, dass die, die Energiespitzen von solch einer Explosion, äh, die Hyper-Tore schließen, äh, zerstören würde und sie damit ein für alle Mal schließen würde. Äh, es gibt auch ein paar kleine Problemchen damit. Der Detonator ist nicht das einzige Stück, was gebraucht wird, um diese Singularitätsbombe zu bauen. Und die Kawasch denken auch nicht, dass sie das schwarze Loch mit so einer Waffe im, äh, im, im Frachtraum erreichen werden. Heißt also, es wird extra Hilfe brauchen. In diesem Krieg. Und jetzt sind wir aber erstmal gelandet. Irgendwo. Wir haben zwar keinen Weg nach Hause gefunden. Das ist aber durchaus in Ordnung. Wir werden den schon nach Hause finden. Und damit bedanke ich mich heute ganz herzlich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Es war wieder eine krasse Sache. Das Einzige, was mich jetzt gestört hat, war dieser Bug. Aber, ja, mein Gott, da haben wir halt mal eine Folge gehabt, wo wir nur gegen Nomaden gekämpft haben. Hat man lange nicht, ne? Und dann denke ich ganz einfach. Sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich über Kommentare, über Likes und über Abos freuen. Und könnte mir ja mal sagen, ob wir, wenn wir denn zur freien Verfügung durch die Crossfire-Welten fliegen dürfen, ob ich dazu noch ein paar extra Folgen machen soll. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.